Ihre weibliche Intuition in allen Ehren verordert. Aber eine konkrete Spur wäre wirklich hilfreich. Noch irgendwelche Fragen? Und wenn es das ist, was ich glaube, dann muss ich als verdammt Warn anziehen. Was soll das heißen, Robert? Oh, nichts Gutes. Robert Becker, du musst total wahnsinnig sein! Darf ich Ihnen ein wenig Gesellschaft leisten? Dafür sind Ihre Nerven nicht stark genug. Glauben Sie?